Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hotline Miami. Ich bin euer Basti. Wir sind im letzten Part im Krankenhaus aufgewacht. Keiner weiß, was los ist mit uns. Und ja, wir schnitzeln uns jetzt hier durch das Polizeirevier. Und hier sind eigentlich nur fette und große. Okay, die dicken müssen wir auf jeden Fall platt machen. Kommt noch so ein dicker. Ach und der hat uns natürlich gekillt. Großartig. Das lief eigentlich ganz, lief eigentlich ganz gut. Ich komme aber anders an die dicken nicht ran, ne? Okay, die haben Elektroschocker. Die kann ich so nicht platt machen, alles klar. Und auf den Seine Schrotflinte. Ja, ich will ihn eigentlich nur... Ich will ihn ja eigentlich nur locken. Da kommen wir mal her, ja. Okay. Hallo, Julia. Wie komme ich jetzt hier weiter? Erstmal die Tür zu machen. Oh nein, das kommt der dicker. Den kriege ich natürlich ohne Waffe überhaupt nicht platt. Ja, komm doch mal her. Schieß doch nicht einfach. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt kommt nicht mal in deine Waffe ran. Hallo, Julia. Das wird... Das wird nochmal richtig heftig hier. Okay. Sehr gut. Wenn sie zu zweit kommen, habe ich eigentlich keine Chance hier. So, den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Jetzt kommt der dicker. Okay, der ist auch weg. Mal aufpassen. Hier unten ist noch so ein dicker. Ich habe noch vier Schuss. Sehr schön. Komm raus, komm raus, komm raus. Okay. Sehr schön. Wo sind noch welche? Wo sind noch welche? Da oben ist noch einer. Das ist aber der einzige, glaube ich. Nee, nicht wirklich irgendwo. Also, rennt hier noch einer rum. Mhm, 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 mhm. Okay. Den haben wir. Und den haben wir auch. Okay, Stufe geschafft. Gut. Ähm, was nehmen wir uns jetzt für eine Waffe mit? Nehmen wir uns hier so ein Maschinengewehr mit? Dann müssen wir wieder im Fahrstuhl zurück. Mann. Okay, Jungs. Der Bastard wird jetzt gleich auftauchen. Wir sollten ihm zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Denkt an euer Training und geht auf Nummer sicher. Befolgt das Protokoll, dann kommen wir alle lebend hier raus. Ah, von unten kommt auch einer. Okay. Eieieiei. Das wird heftig. Ach, und da kommen sie von oben, wenn ich hier schieße. Halli Julia. Okay. Ich weiß, ich weiß immer nicht, wo ich mich dann verstecken soll. Ob ich wirklich jetzt erstmal hier oben lang gehen soll oder unten. Wo ist denn der einfachere Weg? Also manchmal schießen sie ganz schön schnell. und manchmal da... Ah, das ist ein Scharfschütze, ne? Den müsste ich eigentlich als erstes... Den müsste ich eigentlich als erstes... platt machen. Ich weiß aber auch nicht, ob da oben da noch welche sind. Okay. Okay. Ja, und dann kommen sie von unten. Okay. Ach, und dann hatte ich keine Munition mehr. Okay. sah aber schon mal besser aus als vorher, würde ich denken. Das war nicht total voll... total daneben geschossen. Und dann kommen sie sofort von hinten. Was? Vielleicht sollte ich... Okay. Die haben wir schon mal. Oh mein Gott, da in der Mitte sitzt einer. Alles klar. Okay. Okay. So, jetzt haben wir die erstmal alle. So, jetzt sind wir der hier oben. Obwohl nicht. Okay. Okay. Sehr schön. So. So. Der ist platt. Der ist auch platt. Okay. Der hat mich nicht getroffen. Der Dicke ist auch... So. Bist du mein Kumpel hier? So. So. Mal gucken hier. Was haben wir den? Was ist denn nur noch eigentlich? Nein! Da lebt noch einer. Ach. Shit. Die habe ich echt nicht gesehen. Oh. Oh. Komm. Den habe ich echt nicht gesehen. Okay. Wartetauschen. So. Jetzt einen Dicken. Der Dicke ist platt. Okay. Weiter nach oben komme ich nicht. Der ist tot. Der ist auch tot. Hm. Wir haben da noch zwei Schüsse. 24. Okay. Oh mein Gott. Jetzt kommen die auch noch angerannt. Aber okay. Der lebt noch. So drüben sind noch zwei. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. So jetzt nehmen wir den Schlagring mit und jetzt gehen wir wahrscheinlich zu dem Gefangenen hier oder? Pass auf Mann. Tu mir echt leid mit deinem Mädchen. Das war nicht. Nichts persönliches. Ich weiß. Du hast es den langen Weg bis hierher geschafft. Ich werde dich wohl enttäuschen müssen. Ich habe keine Antworten für dich. Na dann. Gute Nacht. Verflucht. Das tat weh. Du weißt. Wir beide unterscheiden uns gar nicht so sehr. Hast du auch diese merkwürdigen Anrufe bekommen? Hätte ich dir doch nur etwas zu erzählen. Aber leider nicht. Die Polizei weiß vielleicht mehr über dieses Chaos als ich. Sie sollten hier irgendwo eine Akte zu dem Fall haben. Ich würde ja bitten mein Leben zu verschonen. Aber du scheinst längst deine Entscheidung getroffen zu haben. Und umbringen. Erwürgen. Läuft rot an. Okay. Da oben ist die Akte. Ja. Dann werden wir uns mal die Akte holen. Und schließen das Kapitel ab. Ich hoffe doch mal wir kommen hier ohne Probleme raus. Sind wir jetzt schon wieder ganz unten? Ich glaube ja aber. Ja. Hier haben wir angefangen. Überall Polizei. Aber wir müssen gehen. Puh. Das war schon heftig. Also der der unsere Freundin umgebracht hat. Den haben wir auch erwischt. Wir haben sie gerecht. Mann, 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 Mann. Und eine neue Maske. Ein Frosch. Und ein Uzi Maschinengewehr haben wir bekommen. So. Wir sind immer noch in unserer Wohnung. Ich hoffe doch mal wir bekommen hier heute keinen Anruf mehr. Nein. Aber wir haben die ganzen Akten. Verdächtigte behaupten durch Drohung dazu zum Töten angewiesen worden zu sein. Und auf Nachrichten auf ihrem Anruf. Ähm. Beantworter zu einem Club in der 86. Straße. Verbindung zum Netzwerk der russischen Mafia. Mehrere Fälle illegalen Aktivitäten wurden berichtet. Beweise reichen nicht für einen Haftbefehl. Naja gut. Beweise reichen nicht. Aber. Ich werde mich in dem Club mal etwas umschauen. Wengens. Okay. Wengen. Nehmen wir. Was macht denn der Frosch eigentlich hier? Längere. Längeres Kombifenster. Stille Schüsse. Nehmen wir das. Oh mein Gott. Okay. Okay. Stille Schaft. Ich nehme keine Waffe mit. Ach. Und da kam so ein Dicker an. Mist. Hat der mich denn jetzt gesehen? Hallo Julia. Welcher ist das? Okay. Vetter Monster Truck. Okay. Hallo Julia. Okay. Bei dem Dicken muss ich irgendwie platt kriegen. Und den Hund. Wo läuft der Dicke hier rum? Hier muss ich definitiv platt machen. So. Der braucht zwei Schuss. Sehr gut. Ah. Und da hat es mich umgehaulen. Da wird irgendjemand aus der Ecke gekommen ist, den ich nicht gesehen habe. Okay. Sehr schön. Der Dicke rennt jetzt nicht mehr hier rum. Ach. Da oben wohnt er immer mit Maschinengewehr. Shit. Dann temporada ich. Bro bump. Ok. Ja. Und da. Okay, wir sind als nächstes dieser hässliche Hund dran. Ah, da war noch einer mit Waffe. Da war noch einer mit Waffe. Okay, ich muss definitiv den Dicken zuerst machen und aber nicht zu lange warten, sonst bin ich nämlich platt. Okay. Sehr gut, vier Schuss haben wir noch. Soooo. Ah, die Waffe kommen jetzt. Natürlich nicht mehr ran. So, die hier unten sind alle platt. Die will sich da eigentlich nur noch den Ehen hier töten. Und ich habe keine Munition mehr gehabt. Och, Mann. Das war echt der Letzte. Och, und dann kommen sie von oben. Mann. Das ist... Das ist echt fies, ey. Das ist echt fies. Okay. Super. So, jetzt haben wir da noch ein Hündchen. Ach, und... Dass der jetzt dort oben an ihr rankommt. Da habe ich natürlich... ...nicht mit gerechnet. Die haben auch... Manchmal... Manchmal haben sie Waffen, manchmal haben sie keine Waffen. Das ist ganz seltsam. Manchmal treffen sie mich und ich treffe die einfach nicht. Okay, der Hund. Den haben wir schon mal. Brauche ich den mit der Schrotflinte. Weil ich den dicken dort oben brauche. Oh mein Gott. Nee, erst mal den hier. Scheiße. Und dazu fetzt mich... ...das Hündchen. Gibt es gar nicht, ey. Okay. Sehr gut. Warum haben die dort oben... ...dann immer Waffen? Das verstehe ich nicht. Okay. Na, kommt mein Heier. Jetzt kommt ich aber an keine Waffe ran hier. So, jetzt kommt der Hund hier an. Der ist auch weg. Jetzt muss ich nur irgendwie... ...den Dicken kaputt kriegen. Komm mal, ich hab noch... ...zwei Schuss her. Ein Schuss. Okay, Stufe geschafft. Alles klar. So. Zehn Schuss habe ich hier noch. Was ist das für ein fetter Club hier? Ja. Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ach, da waren zwei drinnen. Mist. 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 Erst um die dort oben kümmern, wollte ich sagen. Na ja gut. Jetzt sind wir hier drüben am besten die... Ah, die waren alle wieder Platz. Sehr gut. Ah, dann kam doch irgendwo so ein Dicker her. Wo hat der sich denn jetzt hier verkrochen? Wo hat der sich denn verkrochen hier? Da war noch einer, den ich nicht gesehen habe. So, die Hunde sind kein Problem. So, die sagte er. So, die verkackte ist, ne? Okay. Brauche eine Schrotwinde für den Dicken. Mit sechs Schuss nur noch hier. Okay. Die haben wir auch. Muss ich aufpassen. Wo rennt dieser dicke Klops rum? Okay. Sehr gut. Das ist, glaube ich, der Club, wo ich am Anfang war, ne? So, kriege ich da eine Waffe? Jawohl. Okay. So, sehr gut. Zehn Schuss. Ah, hören Sie. Ich will hier keinen Ärger. Der Tresor steht offen. Nehmen Sie, was Sie wollen und gehen Sie wieder. Ich bin nicht der Besitzer. Er ist nicht da. Ich leite nur den Club. Regeln wir das friedlich? Schon gut, schon gut. Ich gebe Ihnen seine Adresse. Lassen Sie mich einfach nur in Ruhe, ja? Er wohnt in der 140. Straße. Bitte gehen Sie jetzt. Hier geht immer platt. Okay. Schade. Ne. Ich muss den platt machen, oder? Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja, eben. Er wird zudonnert. Tja, dein Gesicht kannst du, glaube ich, wegschmeißen. Gut. Der Nächste auf unserer Liste ist erledigt. Und jetzt geht's ab zum Hauptclub, oder? Ich denke mal schon. So, da hin und dann einmal hier durch und ab ins Auto. Sehr gut. Die letzte Mission wartet auf uns. Ich denke mal, da werden wir ein komplettes, eigenes, ähm... ...ein komplett eigenen Part dafür machen. Heißt also, wir machen hier im nächsten Part weiter, nachdem wir unsere Oscar-Maske und den Vorschlaghammer bekommen haben. Das finale Kapitel. Das finale Kapitel. Showdown! Okay, oder hänge ich das noch dran? Ach komm, wir können es noch mit dranhängen hier. Äh, längeres Kombi-Fenster-Dunkelheit. Komm, wir nehmen mal Dunkelheit. Ähm, vielleicht ist das nicht so gut gewesen. Ne, ich möchte, äh, neu starten. Ne, Richard, ähm... Fäustet ja Wut. Ja, komm, wir nehmen mal Dunkelheit. Bei dem Dicken können wir trotzdem nicht schlagen, ne? Ach, nur zwei Schüsse sind da drin. Okay. Autowerkstatt. Alles klar. Nehme ich meinen Baseballschläger mit. Wo ist der? Der ist weg. Na toll. Nehme ich mal eine Waffe hier. Und hier sind null Schuss drin. Hm. Okay, wer bist du? Und, wen haben wir denn da? Du musst eines dieser Arschlöger sein, die meine Männer umlegen. Sieht nicht so aus, als wolltest du reden. Warum bringen wir das nicht einfach hinter uns? Okay. Oh mein Gott. Nur mit einem Pokal gegen diese Viecher? Ach, die brauchen, die brauchen aber vier Schläge, hä? Oh, die zerfetzen einen ja sowas von gleich. Warum hat der auch Pandas da rumliegen? Wie soll ich denn gegen die ankommen? Das geht doch gar nicht. Oh, das wird nochmal heftig hier, hä? Alter, Russja-Mafia-Boss. Ich habe überhaupt keine Chance irgendwie. Aber wie gesagt, meine Waffe ist ja sowieso weg. Also egal, was ich jetzt... Ei, 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 okay. Immerhin kurz geschnitzelt. Er steht da wieder auf, das gibt's nicht. Wie oft muss ich denn den killen? Ah, zweimal also, okay. Einen hatte ich... Einen hatte ich schon besiegt. Ah, naja, da muss man... Muss man so schnell reagieren, damit man die... Damit man die platt macht. Die kommen sofort auf einen zugesprungen. Oh, Mann. Ah, ich denke mal, das ist da... Oh, und jetzt schießt der auch noch mit Messern. Großartig. Okay. Überlass ihn mir. Hä? Die Tussi schießt auch noch. Okay. Boah. Wie soll ich die denn auch noch platt machen? Die hat ein... Die hat ein Schwert. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nochmal... Hätte ich vielleicht doch ein extra Part machen sollen. Hä? Muss ich die anvisionen und das Ding dann dagegen schmeißen, oder was? Keine Ahnung. So schnell kann man... So schnell kann man gar nicht reagieren. Aber ich denke mal, die ersten hier... Aber halt ohne Waffe, ne? Und beim zweiten Mal hat man keine Chance, wenn man sich nicht versteckt oder so, kriegt man das einfach nicht hin. Weil die so schnell wieder aufstehen, die Pandas. So schnell kann ich die gar nicht anvisionen. So schnell kann ich die gar nicht anvisionen, dass ich dir das Ding gegen den Kopf schmeißen kann oder so. Ich muss dir das Ding gegen den Kopf schmeißen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss die aber auch irgendwie anvisiert kriegen. Das ist einfach nur... Okay, jetzt haben wir sie. Komm schon. Hm, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Woher hast du nur diese blutigen... Das etwas... Habe ich so etwas... Habe ich noch nie erlebt. Lass mich sehen, wer sich hinter der Maske verbirgt. Hallo? Oh nein! Alles nochmal machen? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, ich muss da... Da muss man ja genau den richtigen Moment treffen, dass man das irgendwie hinkriegt, ne? Komm schon, mach die fertig. Okay. Wie soll man den dann... Wie soll man den dann abschlachten? Ey, das geht nicht. Das ist echt... Echt brutal. Das ist echt brutal. Und immer das gleiche. Und vor allen Dingen, es gibt keinen Speicherpunkt hier. Wie gesagt, ich muss ja gegen den auch irgendwie dann was werfen oder so. Vielleicht sollten wir das doch im nächsten Port machen. Das wird das hier einfach zu lange. Und wenn man die nicht trifft mit dem Pokal, dann... Da darf man überhaupt nicht stehen bleiben. Die wirft sofort ihr scheiß Messer, ey. Okay. 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 Den Messer habe ich. Aber... Tja. Die muss ich auf jeden Fall aufnehmen. Die Frage ist, kann der da drüber schießen? Und schon wieder zerfetzt. Oh mein Gott. Das wird echt ein erbitterter, harter Kampf, ja. Und wenn ich die nicht am Kopf treffe, mit dem Messer, ähm... Die hat ein Schwert, ein Samurai-Schwert. Da habe ich überhaupt keine Chance irgendwie. Naja, vielleicht sollte das große Finale doch erst im nächsten Part sein. Gibt's doch gar nicht. Wie gesagt, selbst wenn ich... Aber hier dahinter bin ich eigentlich... Eigentlich geschützt. Okay. Komm schon, nimm sie, nimm sie. Okay. Das reicht aber nicht. Okay. Komm schon. Ach, Mann. Also ich habe drei Chancen mit Messern. Okay. Okay, gut. Okay. Wenn ich erst mal in Sicherheit wagen, dann, ne? So, dann prüge ich die Messer aus dich raus. Ach, und dann renne ich nicht dahinter, um mich zu verstecken. Mist. Also wir müssen wahrscheinlich dreimal treffen, ne? So. Komm schon, du Gutes, ich sehe das. Ich habe den Messer aus, habe ich den Messer aus. Ach, und da trifft es mich, weil ich zu weit runtergegangen bin. Mist. Gibt's nicht, ey. Okay. So. Ich hätte... Ich müsste die da hinten... Da hinten irgendwo hinlocken. Ich glaube, es muss, glaube ich, jedes Messer sitzen. Kommt mal her, ja. Hallo, Julia. Das wird eine XXL-Folge hier. Das große Finale von Hotline Miami. Okay. Komm schon, kriege ich noch ein bisschen. Okay, wir machen hier, glaube ich, im nächsten Part weiter. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank.